hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kanal bei glück oder kommen wollen wir es wenn wir spielen strikeout ja wir spielen im modus strikeout ja das war richtig alter mann aber wir spielen rope company meine güte 39 jahre und ein bisschen kaputt im kopf ja auch sagen wir machen das wäre ich kein gamer die game ist alle ein bisschen ja klar natürlich der aufnahme 200 hätte ich gerne ja mann das habe ich mein gott minimal erkältet hals nase und kopf ist auch ganz dumm zeitpunkt aufnahme 122 abonnenten stark 122 jess wir haben wieder hin dazu bekommen sehr schön und der einlauf der gladiator nicht immer wieder klipse klipse ja warum nicht kann ich kann ich bin ich gut drin ich mag es wenn man sich tagen kann voll und ganz dafür alles glück hatte gefängnis kein problem habe ich gar nicht gelesen wollen ich sag ich bin ein bisschen duldul ein bisschen schwer von kapieche aber alles ok warum läufst du mit schwert kumpel und wenn meine leute gesporen ich wusste doch ich habe also den tagen modus von mir gehört habe den tagen modus von mir gehört ich wusste man tötet sie doch hast du mich am leben die kommt auch wieder also kriegen wir den freund und sie verlieren tickets macht ja einfach so ich habe noch keine die konnte noch heilen was geil so nach oben geschossen was soll das denn sie hat mich gewillt sie wollte mich im filmischen jetzt schon wieder da oben kommt schon das wird aber langweilig so und scheiße besuchen wir schon wieder oben das wird aber langweilig ich wollte mich finischen und hat mich nicht gefunden das kommt hier aus dem tagen ja sorry immer finischen immer finischen aber verlieren sie tickets sie kommen natürlich wieder man das war so dumm ich gehe ohne nachzuladen wechselt die waffe und jeder rein ich wusste dass er da war man wie blöd bin ich denn manchmal ohne scheiß ich meine normale cod spieler ich lade immer die waffe nach was mache ich heute gar nichts man ich habe keine granate die gegner sie haben keinen mehr da sind nur noch drei spieler sie suchen einen neuen sehr schön dass man das angst rausgegangen weil mein team aus irgendeinem grund gerade besser ist ich bin nur mit acht gibt auf platz nummer zwei bei mir im team sehr schön was nein man egal jetzt mal ohne scheiß was ist los ich glaube da voll rein drauf jetzt kassieren dass ihren bier und die machen uns jetzt richtig fertig wir haben auch wieder vier spieler sehr schön wo was wie ach von da hinten ja ja ich will mich nicht auf es ist halt so wenn ich auf die schnauze kriege ist halt so ich bin leicht leicht mit dem hals angekratzen jetzt ist darauf lange werde ich das durchhalten und ich möchte aufzuregen nicht lange ernsthaft nein oh mein gott wie triffe ich wie triffe ich wie triffe ich Mann ich treffe nicht Mann ist das nervig nein ist nicht wahr ist nicht wahr was soll ich sagen die runde sieht zu uns schlecht aus was soll das was soll war das was soll ich sagen ob wir sie noch healen können nein scheiße ganz ehrlich beim rennen verliere ich mein ziel wird mich verarschen beim rennen verliere ich komplett mein ziel das ist ja nicht ich habe gerade ein blätter neben geschossen oh man ich wollte nur dahin latschen okay aufregen ich will mich wirklich nicht auch wenn es aussieht nein das wird die runde komplett kassiert ich fasse es nicht die kriegen einen neuen mitspieler und sind auf einmal auch mein gott wir sind nur noch zwei sehr schön ich habe gerade abgedrückt jogi ich muss sich erstmal anvisieren das wert glaube ich wenn man es wird okay wir kriegen wie gesagt voll auf die schnauze gegen einen neuen mitspieler und sind auf einmal voll gut wo habe ich denn ihn geworfen er hat mich wahrgenommen das gibt es doch nicht was liegt denn da auf dem boden extra money oder so ich habe irgendwas aktiviert mit munition ich weiß es nicht ich konnte hier messer blocken ich kann hier messer blocken was denn warum kommst du denn hier du sauer da und ihr messer buch blocken mit einer kugel ok cool ich werde immer das neues dazu man ich wollte ja gerade nein er ist sorry ich kann mit anderen waffen nicht auf die schnelle ok aber heftige die kriegen einen neuen mitspieler und sind auf einmal restable rambos also richtig gut wo kommen die wo nein ich rede mich nicht auf das kann auch bringen das ist nur überrascht sein er es gibt so nicht verlieren noch ein bisschen verarschend der typ auch wollen so scheiße habe ich drei oder viermal gekillt im runde 1 ist ok hallo niemand er hatte die entschieden doch was sollen der kack auf einmal also das ist so geil funktioniert und scheiße mit getan modus funktioniert so gut er wusste nicht wie ich bin der sucht mich immer noch also das denn ich höre ein tonnen sonst ist nicht klar ist nicht wahr alter jetzt mal ohne kack naja man muss das sehr gut aus jetzt richtig nicht aus aber wir sind noch drei leute drin okay also ein team mit volley aufgeben zwei sagen nein ganz ehrlich wenn wir jetzt nicht kontern ist die letzte runde ist das spiel sowieso vorbei also oder wir sind jetzt einfach richtig gut das ist zu tief alter hat das rumschweiße gezögert Mist die Waffe ist leer ah man hier mal kurz da wer schießt ihr da mann wo sind sie denn mal weiß dass wir kommen wer schießt ihr was der typ hat mich nicht gefunden man ich war so gut hier sind nur zwei leute sehr schön es ist aber auch seltsam gerade dass die auf einmal kriegen sie diesen eigenen personen kriegen sie rein auf einmal werden sie super helden alter richtig gute gamer und ich schwöre 90 prozent von denen sind einfach nur los genau so überlebt das ja und scheiße ist kein echt guter gamer dabei aber irgendjemand trotz mich als weg boah schuldig was war das denn ich habe nur geroll das hat sich gerade anguckt sorry mich verarschen ja natürlich geil du bist du da modus wirklich nicht zu entdecken das ist so so cool einfach nur cool Das ist so unrealistisch. 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 Das ist so unrealistisch.